zwei noch verstanden also müssen wir ja noch absperren ok dürfen erst gar nicht da hinkommen irgendwie und hier stehen wir den nächsten sind die denn her gekommen kommen vielleicht auch von hier irgendwo möglich ne sperren wir ja immer ab zwar von hier nach da da kommt wieder einer angelatscht ja aber das scheint ein bisschen zumindest da das zu bringen dass die hier nicht mehr einfach hier durch latschen und machen was wir wollen mitkommen wird erledigt alles klar so dann machen wir auch noch mal zu ja ist hier zu zu befehl da machen wir auch noch mal zu und dann habe ich langsam auch keine ideen mehr verstanden so sofort höre ist in arbeit und noch mehr flatterband irgendwo hat sich wieder einer verirrt hier jedenfalls nicht hier ist alles hinreichend abgesperrt irgendwo soll jetzt noch einer sein ist jetzt aber gerade nicht wo okay so dann müssen wir den einen wahrscheinlich noch da rausführen bin bereit drei und dann stellen wir hier einen polizisten hin und hat sich das thema erledigt hoffe ich zumindest ist in arbeit alter die demonstrieren aber auch wirklich gegen irgendwas hier was wirklich das muss ja wirklich schlimm sein was die was die hier veranstaltende gesundheitsminister in ordnung so da haben wir hier jetzt eine vereinzelung und hier kommt nichts mehr durch ohne an meinem polizisten vorbeizukommen aber selbst das scheint nichts zu nützen weil hier sind schon wieder welche unterwegs so die gehen jetzt einfach sehr gut kein problem so dieses hin und her latschen hier auch aufhört nein nicht 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 fröhlichin hier ist feierabend mal gucken ab wann das hier um zählt 58 also die müssen wahrscheinlich hier von diesem roten ding runter sein erwarte befehle wird gemacht bin bereit nicht da rein laufen nicht da rein so ist bar was geht's so wenn der jetzt das letzte Stück noch zumacht dann wäre die Seite hoffentlich sicher so hier sehe ich jetzt gar nichts daher frage ich mich was die hier für ein Problem haben vielleicht müssen die wirklich ganz weg erst sein ist in Arbeit wird erledigt schon wieder einer ich glaube ich spinne also wie kann man ein Garderool stundenlang beschäftigen verstand ist in Arbeit verstand einfach mal ein bisschen Flatterband spannen lassen den Typ woher jetzt sind da rennt ja wohl jetzt nicht ganz außen rum oder so zwei Mann stehen da jetzt irgendwo wo sie nicht hin sollen beim Landeanstalt auf den Münchner Flughafen ist eine renommierte Pestforscherin mit einem Kleinflugzeug über einem Waldstück abgestürzt machen sie die genaue Absturzstelle ausfindig retten und versorgen sie alle verletzten Personen erwarte Befehle zu Befehlen ei 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 das war eine schwere Geburt was geht's hoffentlich wird die nächste nicht auch so schwierig so erstmal wieder die ganzen Leute hier einsammeln ich lasse das Flatterband einfach mal wenn da nochmal eine Versammlung ist dann können wir das direkt mit nutzen so wir schauen der Wald schon mal wo hier was passiert ist da ist nämlich ein eine renommierte Pestforscherin im kleinen Flugzeug abgestürzt wie soll ich die denn jetzt ausfindig machen mit einer SEK Drohne okay was ist denn das ich weiß gar nicht wie das geht so Polizei SEK Helikopter so die kann dann schon mal losfliegen was auch immer diese Drohne so vor sich hin Drohnen tut ich weiß es ja nicht da wäre keine Ahnung davon nochmal der Hinweis diese diese Let's Play wird nicht an- und abmoderiert weil ich sehr große Probleme habe das aufzunehmen und es ist ständig irgendwie abstürzt und dann ist die Aufnahme kaputt und deswegen speichere ich zwischen den zwischen den einzelnen Fortschritten hier das sieht jetzt aber nicht in der Drohne aus sieht ja da ist es nämlich schon passiert oder auch nicht puh das war knapp sieht auf jeden Fall interessant aus und es ist wieder was Neues was wir noch nicht gesehen haben also schauen wir mal bin bereit zu befehlen höre bin dabei was geht's dieses Leute wieder einsam muss aber auch irgendwie schneller gehen höre bin bereit finde ich was geht's ja was geht's erwarte Befehle alles klar so höre wird erledigt jetzt fängt es immer an zu regnen ich glaube das war auch der Grund warum es eben so kurz geleckt hat bin bereit so irgendwo eiert hier ist noch ein Polizist rum der noch kein Zuhause hat oder was erwarte Befehle genau du bitte auch noch in das Auto rein jawohl ich hoffe wir können uns überhaupt diese Zeit nehmen hier es ist schon alles sehr hübsch gemacht das muss man ja schon sagen wenn es nicht teilweise so ein bisschen Probleme mit dem Ruppeln und Ruppeln und Tuppeln hätte so jetzt schauen wir mal was wir machen können also wir haben hier okay Drohne starten ja sehr gut sie haben die Absturzstelle gefunden die zerstörte Stromversorgung scheint noch aktiv zu sein schalten sie die Stromversorgung aus um das Wrack zu bergen ach das war genau hier guck mal wo ich mit dem Auto gelandet bin so schalten sie die Stromversorgung aus das heißt wir brauchen einen Ingenieurswagen ein 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 Ingenieursfahrzeug das hat Gott sei Dank ist das geländegängig kein Problem ich nehme mal an dass wir das da machen müssen was geht's weil da steht nur Schaltkasten und hier steht noch ein Polizist rum auch nicht schlecht was wir auf jeden Fall aber auch brauchen ist äh Moment mal gucken hier alle Opfer mit einem Notarzt versorgen da brauchen wir erstmal einen Notarzt wird gemacht einen müssen wir mit dem Sanitäterteam abtransportieren ist in Arbeit dann Rettungsschere da brauchen wir den Rüstwagen zu Befehl aber wo der Schaltkasten ist mir gerade noch nicht ganz klar vielleicht ist der hier drin zu Befehl so nehmen wir mal ein Köfferchen jawohl zu Befehl nicht über die Leitung laufen na oh puh wir haben mal Glück gehabt hier wir haben w wir22 wir und wir 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017